Einen feuchtvolllichen guten Tag wünsch ich euch, ran. Komm her. Ah, erst mal gut. Komm ran. Ja, ich bin doch da, hinter dir. Schlauser, du. Team. Ey, warum sind hier keine Dias? Ja, jetzt nützt doch rein, man. Bring's hinter dir. Verschwinde, meine Eier. Alter, bis jetzt noch keiner zu suchen ist vor uns, oder? Ich hörf die ab. Ich hörf die ab, die alle. Klingt voll Damage. Du schießt die raus, die Gruel. Ah, ja. Nice. Ein paar hab ich noch. Ey, wie wenig er raus ist. Wollt er nicht. Was ist mit anderen? Gibt's noch eins? Ja, zwei von 16. Noch eins. Eins, zwei, drei, vier von 16. Einfach schon. Ich mein, der im Durchgang. Last 16. Ich hab' nicht mehr zu stehen. Komm nicht zu raus. Erstmal ein bisschen gebratenes Wienchen essen. Warte, ich doch gelohnt. Guck mal, wie viele Babys da sind. Babyschlachtig jetzt. Alter, er hat das Feld kaputt gemacht. Guck mal, Pisser, Alter. Alter, du hast ein Baby umgepft. Embryon-Mörder. Das sind Deutschland verboten, das weißt du. Nee. Wie, nee? Für Hühnchenbabys sind die heute nicht in Sabon in Deutschland. Guck mal, Guck mal, Willi, guck mal. Embryon-Schutzgesetz. Guck mal. Ja, am Arsch. Für Menschenbabys vielleicht, aber nicht für... Okay, für Hühnchenbabys nicht, nee. Du bist jetzt eh nicht gekommen. Aber es gibt keinen Ertrag, deswegen... Ich dachte mal, keine Hühnchenbabys. Loll. Loll. Als ob du da direkt Lava platziert hast. Ey, was du mit Lava platziert hast? Ernsthaft. Willi. Halt die Fresse, Talbot. Ich hab' gar nix gemacht. Ja, guck mal, da war eine Fläche. Hä? Wann war's das? Ja. Willi. Ey, ich hab' gar nix gemacht. Oh, Mann. Das waren dann meine 28 Level. Halt's Maul, das kann ich gar nicht. Der einzige, der hier in Lava schwimmen darf, bin ich, weil ich hier unterirdisch rumlaufe über irgendwelche riesen Lava sehen. Wieso gehen wir denn in die Hölle? Ich dachte, dass du in der Zeit noch Quartz baust. Ja, und was machst du? Hilfst du mir? Ja. Ja. Ich mach' jetzt gar nichts mehr. Alter, fühlst du gut. Ich glaub' ich greif' jetzt so'n Viech hier an, damit du irgendwie gestresst bist. Ich wollte's fahren mit Zombie Pigments. Ahhhh! Fuck! Oh, fuck! Wie warm der ist. Ey, dein Loch ist ja Zeitlupe, ne? Oh, da kommt alle, da kommt alle! Nein, ich bin reingefallen ins Loch! Nein! Ich hab' dem noch nen Hit gegeben. Ey, Leute, die Kamera rief sich einfach töten dadurch, dass sie... Oh. Dadurch, dass sie in Zeitlupe fallen. Fuck you, Sing. Ja, das wird mit zwei Gearbeit nicht mehr passieren. Ja, wer weiß. Alter. Oh, Alter. Oh, Alter, ich hab' noch drei Herzen. Haha. Ja, ich laufe. Haha, du spurstehens zu dir. Aha, du spurstehens zu dir! Ja, du spurstehens zu dir. mit der Hand halten wollen die gar nicht killen so muss auch gut auch kommen Ouhh Alter, nice Hör auf! 6 voll rum Alter Du hast noch 2 Weiten wieder wohl raus Ne, 3 ist bei mir Erst gucken, dann spucken Ich kann nicht mehr sprinten, BD Das bleibt nichts mehr übrig, außer für Selbstmord Hier, ich hab dir in den Hünchen gegeben Ich hab dir in den Hünchen gelegt Nein, hör auf! Hör auf, Kinderbohne Dann machen wir keine Scheiße Hör auf Komm nicht zu nah, sonst springe ich Hör auf Machen Sie nicht zu nah Hör auf Nein, hallo Hör auf Hör auf Ich bin nicht mehr am Sneaken Ich bin nicht mehr am Sneaken Ich bin nicht mehr am Sneaken Es ist nur noch eine Taste Hör auf, Kinderbohne Oh Das hat doch keinen Sinn Das ist doch keine Lösung Wenn du das tust Wenn du das tust Dann wirst du nicht ins Himmelreich übernommen Das weißt du ganz genau Aber wir glauben doch an Hör auf Die Anderen Glaubensverletzung Das stimmt natürlich Mussten wir die Wolle eigentlich eingesperrt werden Ja, aber die hatten auch keinen Kein Selbstmord Ja, aber du hast gesagt Du kommst ins Himmelsreich Das ist ja Glaubensverachtung Glaubensverachtung Naja, haben wir noch nicht festgelegt Soll ich sagen Glaubensverachtung 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 Naja, du bist ja gesprungen Du Pisser Ich wurde reingeschubst vom Zombie-Pigman Ja, ja, im Arsch Du bist fast nicht gesprungen War heiße Quelle Ah, Willi war es Aber nie warm Löst alle, löst alle Spannungen und sowas Dann würde das stehen Willi bald Nein, du hast mich geschubst Und dann war ich unten noch an einem Hang Aber ich kam nicht mal weg Und dann bin ich ausgerutscht Ausgerutscht Ja, Minecraft ausgerutscht Haben wir ja auch drin Kriegt ihr jetzt Kriegt ihr jetzt Oh, ich habe ihn gekillt Alter, sind da viele Zombies Hä? Das geht ja ab Vor allem, das ist voll dumm, dass wir da vor den Druckplatten hingemacht haben Weil die ganzen Viecher da reinkommen können Weil die Druckplatten kommen Die sind doch alle drin Hier oben ist die Spinne Das verändert sich Die Quadratmeter Das war eigentlich Ich verstehe Ja, was gebe ich jetzt Willi 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 Energy Alter, ich gebe ihm die Hände. Alter, was für eine Kambo. Legendär. Kambo? Kambo. Alter, Timor versucht ihn. Ja, bestimmt Timor. Das war schlecht. Das war echt schlecht. Das ist ein Prank. Hä, aber wie hast du denn deinen Sternenzug vorgemacht? Taimo. Taimo! Achso, deshalb. So. Hä, wie macht man das, Taimo? Alter, jetzt sag mir doch einfach, wie man das macht! Das ist ein Befehl. Slash me. Aber ich weiß nicht, ob du das machen kannst. Hä, wie soll ich das machen? Na doch, geht! Klar. Du, das kann ich nicht so seit Schaffigkeit. Guck was! Jetzt probieren wir einfach irgendwas aus! Ich weiß noch, als Sepp mal alle gebringt hat. Nee, ich glaube schon ein anderer. Jay oder so. Irgendjemand. Da war es noch nicht mit dem scheiß Fallen. Hä, wieso wird mir der Chat nicht mehr angezeigt? WTF hast du gesagt? Ja. Alter, Banane-Banane. Banane-Banane-Banane. Banane-Banane-Banane. Das ist perfekt. Ja, ja, ja. Oh, sorry. Leck ist gerade richtig rum. Ich versuche mal den Turbo aufzube... Alter, WTF. War das Killerwohn so aufhören? Ja, weh mal. Er hat nur zwei Balken. Oh. Das war's mit der 50.000 Leitung. Eis im Arsch. Hör auf. Kinderbodo, hör auf. Kinderbodo, hör auf. Kinderbodo, hör auf. Genau, Kinderbodo. Hör mal auf. Oh! Disgelenken. Alter. Ja, apropos 50.000 hier. Lieber stabil. Er hat nicht mal 50.000. Lieber stabile 6.000 als unstabile 50.000. Ja, kannst du ja haben. Als ob du nur eine 100 hast. Ey, bei mir ist ja das Zeiten-Problem. Die Zeiten-Problem. Ah. Zeit hast du Jungs. Ah, jetzt funktioniert's wieder. Hast du Quads gesammelt? Nee, ich brauch ja noch Spitzhacken. Ich hab auf dich gewartet. Alter, es leckt. Was ist das denn? Also, bei mir läuft alles richtig schön flüssig. Muss ich schon sagen. Äh, ja. Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschöö Viel Spaß noch beim Zuschauen Tschüss Gleich